ja das war's wohl oh Gott klopper unsichtbar unsichtbar aber nur eine Hasskette der ist auch noch scharf Hilfe ich bin im Stern also ich würde sagen, das war's dein Matze ja, könnte sein ja ok, da ist ein bisschen weglaufen bitte so ein Springer macht nix, der darf ja auch hinter mir her springen da hat man Hosen sucht die hinter mir ja, direkt hinter dir ja, lass euer Modus wieder los was ist da du hast die Welt du hast noch zwei Hasskette vor dir ja ja, ich habe das geschafft mit 157 Kills okay, geschafft Geld! Oh Gott, das ist ja weit weg Alter ja das lohnt sich ob ich dir auchco na Ök 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 So, wir brauchen Geld ich habe viel Geld für euch ich brauche auf jeden Fall Geld ach da das wieder, ok viel GEL so komm her der Grund wird die Überlegung die Rüder und jetzt kann ich mit Medica drauf. Geht Thomas, schnell Kaufer zu nehmen Na ich kann euch eine noch mal Geld geben Ja, ich will viel Geld für die Pansons Äh, ok, das soll schon Nein, das soll echt schon Das soll echt schon Ich will nicht Ich will nicht zu viel verschwenden und kampfpanzern kaufen ganz wichtig Welle 8 von 7 Wieso 8 von 7? Das ist die Bonuswelle Thomas Das ist die Bonuswelle Ok ich hab Monsterweapon Ey warum hab ich mir nicht doch das Sniper gekauft? Der kommt doch jetzt eigentlich von dort hinten ne? Ich hab keine Ahnung War das nicht der der sich beamen kann? Ja da ist doch der der unsichtbar ist Ja ist er! Ne doch nicht ist Wasser Voll Paranoid Wo ist der? Neues Magazin gibt mir nen Augenblick Ach du Scheiß Wollte ne Power passen aufpassen Na? Makete Es steht schon Da hinten ist ja ich sehn Und da hinten wir sehn Da ist er Ah da Ok Das hat Hans auf uns glaub ich Ich glaub er ist gleich direkt vor uns Oh! Er ist da! Was macht er da? Oh oh Ok Oh Gott der geht auf Thomas los Wieso geht er auf mich los? Wieso geht er auf mich los? Nein los schieß auf mich Ok ich hab ihn abgelenkt Thomas halt dich schnell Ja toll jetzt kommen seine gehilten Hütten mich Thomas ich heil dich Thomas ich heil dich Ich heil dich weiter weiter Boah Na halt Kleiner Suchi Ach ohne Hilfe Wenn du sehn Das hat mich ganz schwer Onko Ärger So Ach 안 Das Oh Ach 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 Ich Keine Leute beleidigen. Nö. Witzige Runde. Haben die ihn wenigstens halb tot gekriegt? Wir haben ihn sogar zweimal fast tot gekriegt, aber da hat er sich geheilt. Oh scheiße. Und du kriegst rein gar nicht. Ich muss 700 Kopfschüsse mit einer 9mm Handkanone oder Überhebe repetieren, was? Was? Vorher komme ich nicht ins nächste Level, ist das scheiße oder was? Okay, ich denke, das war für mich, aber das ist nicht schwul. Wie soll ich denn das schaffen? Okay. Thomas, hast du es? Was? Machst du rein? Oh, nicht der schon wieder! Was hältst du für eine kurze Zigarettenpause? Okay. Okay. Ja, ganz kurz, ich mach ganz schnell. Jo, jo, jo. Warum? Werde. Genau das. Okay. Okay. Das war der Automatisch. Das war der Automatisch. Der Cry-D-Minus-AV einfach nicht da. Ein dummer Typ, wenn ich gar nicht da sein soll. Wir haben aufgenommen. Wir haben hier aufhalten. Wir haben aufgenommen. Wir haben hier aufhalten. Wir haben hier aufhalten. Okay. Der suchst du wieder. Es kommen jetzt verschiedene Wellen auf und zu. An Zombies. Der Granatwärmer. Granatwärmer war da oben. Was ist da passiert? Einmal nur die Wellen über dem. Oh, hinter uns! Die ohne Kopf weiterlaufen. Du hast keine Wellen! Oh, wenn die Luft dann weiter aussieht. Mann! Oh, was ist halt ein bisschen? Ja! Das dreht sich echt einfach nur ums Shooten. Matze! Ja! Zombie! Mann! Peter von links! Peter von links! Peter von links! Ich hab kein Kopf! Du feuerst ihn da rein! Oh, fuck! Ich bin gleich drin! Ich bin tot! Alter, was ist das denn da? Wir sind langsam roten. Der Händler! Wo ist denn der Händler? Alter, was macht ihr da? ja und in der Welt in der Bräu Prozent nach der Welt so in etwa der Laden dort doch immer noch aufs Reiner da können wir durchgehen die Munition um Deiner Klopft ist da einfach okay und so er hat ein Typen getötet Muni Rüstungen Rüstungen die besten Rüstungen dieses Leben die Säge abgekackten Waffen die sind auch so benutzt worden wenn wir verbluteten Leichen sein Leben und Taschenlampe oder so was? ja mit F oh ich seh nix ah Händler ich kann mir nix leisten das ist normal nicht genug Gold nicht genug Gold schade erstmal ne normale Schrotflinte gekauft ja ich hab erstmal gegabt ich film mir erstmal meine Munitionsvorräder auf ich bin heim ich wusste eine viel Geld Geld Schulde Geld oh Muni ok alle gehen hoch was bist du da die macht das Tor hier zu das ist mein Ziel äh sag mir nicht das kann man verschweißen doch nie kann ich schweißen mach das Ding zu geht doch wieso kann man das schweißen oh die Komponente ja du musst ja wirst denn Hände gekü 들어가ten d durchfordern weiß ich nicht oh ist geöffnet, finde ich witzig höh von rechts wow hallo lass mich da erstmal nachladen du Misty oh Gott hast du von hinten was war das denn die Pumpgun fängt nicht an ja für die ist schon cool besser hat er denn ich brauch aber dringend ne bessere Pumpgun blääääää was ist denn alter Matze, ich will deine knifte haben das spack dir in die andere oh vor rechts Oh Gott, Ask! Alles erklodiert! Kleiner! Oh, das ist Granate! Hat er die schon zugeschossen? Ja, wow! Einfach mal ins Leere feuern! Ich muss gleich wieder hin! Oh, wir müssen langsam Richtung Händler! Ja, Jungs! Damit kann er recht auf! Ja, das kann er! Okay, der Händler ist in der Kirche! Wieso wirft er so der mit Geld herum? Okay! Oh! Unfassender Zeitpunkt zu nachladen! Oh, oh! Das war was! Man weiß immer, wenn Matze in der Nähe ist, dann fliegen die Viecher durch die Gegend! Das ist doch Falschheit für Thomas! Was war da? Gut, ist schon! Wayne Rooney hat mehr in der Burner! Hey, ein Schuss habe ich noch! Ich glaube, wir haben noch zwei Monster! Aber wo auch immer die sind! Ich will dich heilen! Ich will dich heilen! Ich präzze dir das da! Schlechte Scheiße! Doppelbrücke! Mann! Oh Mann! Können das die jetzt mal kommen oder wie? Ne, irgendwie auch's nach! Ich bin schon begeistert! Ich leb noch! Da ist er! Er ist geplatzt! Matze! Er macht erst mal die Tür! Mann! Enda! Die Geld! Wo kommt mir das hier? Richtig! Gut, glaube ich nicht! So, okay! Ich habe jetzt einen automatischen Granatwerfer! Und einen normalen Granatwerfer dazu! Granatwerfer, Granatwerfer! Alter! Granatwerfer! Ich wollte nochmal Granatwerfer sagen, weil das Wort zu witzig ist! Granatwerfer! So! Nehmen wir los, das ist ein Pistole-Spiel! Ich will ihn hier auch! Geht nicht! Das ist ein Pistole-Spiel, Alix! Und wir verkünden, dass diese ganzen Tauben sterben! Ich will diesen Altar entweilen! Okay! Das ist eine Pistole! Nehm ich mit! Geht nicht! Ich denke, wir gehen erst aus der Kirche raus, weil die ist nicht so gesund! Glaubst du? Ja! Find' ihr nur nie gut, dass hier der Händler ist? Ne ne ne, jetzt lass mich doch raus, okay! Uh! Matze, ich komme zu dir, du hast die Mega-Wumme! Mega-Wumme! Und dort ist! Woah! Was! Das war das! Was war das? Respekt, ey! Was ist da grad passiert? er hat auch die Baritur die Loppe das ist ein paar Klagen zwei Pistolen die ihre Arm verloren Alter Matze was hast du da für eine Wummel? Wow! Hier? Er hat ne Mega-Rumme mit 6 Schüssen exklusiv Abolition. Er ist ein Hass. Da wird jemand zerhackt. Alter! Alter! Er wurde voll zerfetzt ey! Was denn? Ich hatte gerade keine Mun. Keine Mun. Da fliegt so ein Feuerdings herum. Noch nicht. Zack mich da! Achso. Warum? Verlassen? Alter! Achso, was passiert denn? Okay, wir brauchen seinen Weg frei, um hier wegzukommen. Ja, da ist so lustig da hier. So, jetzt. Boah, Alter! Okay, wir sind langsam bedrohlich für so grenzlich. Ich doch lieber in die Kirche gehen, ey. Der Dieter ist in der Kirche. Okay. Okay. Quatsch. Ich muss uns gehalten werden. Keine Ahnung. Wo seid ihr? Geh weg! Okay. Hallo. Okay. Wow! Wir haben hier langsam ein Problem, Leute. Warum konnte ich mit dem Granatwörfer nicht schießen? Kann mich mal jemand heilen? Ähm... Oh Gott! Warte! Ja, was denn? Heilen, heilen, heilen! Thomas, heilen! Dich heilen! Dich heilen! Ha, 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 ca. Weißbrenner in der Abnis und die Bordkopf Prozent Prozent ich habe den Ganatenwerfer der nicht tötet nur in der anderen Klasse der also hier der Brandbomb bei dir war total Kacke dafür die Wiese Felsanitäter der Berge um sich das hat und nämlich Scharfschützer Prozent Prozent mehr ja weiter geht's oder es geht hallo ach so scheiße n n ok da sind Zombies Sag mal, soll ich die Tür gespeisen? Ich schreit doch. Ich schreit doch. Ich schreit doch die Tür geöffnet habe. Zurück bleiben! Ich schreit doch! Ja, die Tür gespeist. Wo muss hinter dir? Wow! Was? Oh Gott! Was? Ich heil dich. Ich heil dich so. Ach, du hast diesen Medica nochmal schon. Ey, ich hab's lieber im Gesicht. Ich bin super Medic. Du kannst doch nicht sterben. Ich bin gar nicht schlau die Tür dazu zu schweißen. Ich versuch dir zu helfen. Ich bin nur euer Medic. Oh Gott, wir sind reingekreisen. Ich schall dir die Erlücke. Oh Gott, ich seh ich's nämlich so um so'n fetter und seine Kompanie. Wir sind die Gang. Alter, was kommt denn da jetzt? Huuuuhhhhhh. Wir sind die Hitze nicht. Ey, warum hast du schon so'ne Mega-Knüpfel? Ich bin Medic, ich darf das. Ich pass' auch hinter uns auf. Hier hast du den Gericht von der anderen Seite. Ja, das ist die Tür von der anderen Seite. Bäääääääääääääää. Gibt mich des Kopf. Gebt er die Schmerz. Ja, alle tot. Seid zum Eingreißen. Okay. Na ich drauf den Geh. Wo sollen wir langgehen? Da, da, den Schwabbel. das war schon anders hin Nein! Warte mal, was kann ich für dich tun? Ich habe euch einen Vogel gezeigt, das reicht doch, oder? Ja, müssen wir dann gucken, wie es dann aussieht. Das muss ich nochmal mit erklären. Also wenn das nicht Multitasking ist. Wir haben mehrere bescheuerte Ex. Komm, komm, komm Meldung Kompel, Hylos ist ein Hass Hass, Hass, Hass geht die Welt Was? Hast du? Hass geht die Welt Ja Okay Das ist voll der Axe, ne? Hast du? Okay, ich hab du Okay, ich halt euch den Rücken frei Ja, macht ihr das mal Alles komm mir rein Alles komm mir rein Was? Was? Achso Okay Zum Schweiß Also müssen wir da hin Zum Schweiß, Alex Okay Moment Hilfe Du unterwegs Okay Großkürz, ich um den Kass Wir brücheln da nachher Die Wand Die Tür an Ja Müssen wir da nicht gleich durch für den Laden? Äh, nein Was würdest du dir ein... Warte, das können wir nicht hier falten Äh, weiß ich Oh Gott, die will kotzen schon gegen die Tür Ah Okay Tut mir leid, ich bin weg Weil ich hab hier alles im Griff Flüchte, Thomas, flüchte 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 Am Nachladen Okay, komm Tugen wir sie weg Heiden wir sie willkommen Eke, 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 Eke Oh, ich muss nachlaufen Oh, ich muss nachlaufen Oh, komm, die ganze Abbie Was ist das? Achso, Medica, 2 Euro Sorry, ich werde nicht meckern, aber so langsam wird meine Munition schnappt Warte! Teuer einfach Geben wir uns weiter Wir müssen nur die Zunge suchen Schien, schien, sagte Nein Alter Hallo Wir sind ja nur zwei suchtig Okay Husk Okay Dann müssen wir nicht in die andere Richtung? Egal, wir müssen hier lang Fast die Welt Überleben Ja Oh Oh, danke für den Schuss Äh, seid ihr sicher, dass wir in der richtigen Richtung sind? Hup, das ist Munition Du musst dich gerade nicht, wir kommen die beiden hin Warte ein bisschen, ich lade ihn ab Oh, da ist noch Oh, da ist noch Okay Okay Wir sind da Woll Jetzt Na, hatten übertrieben werfen Oh, oh Oh, oh Oh Hui Alle tot Zeit zum Einkaufen Das hat so gut geklappt Was mein? Es regnet Gelb Viel Gelb Ja Oh Leute, ich habe einfach zu wenig Kohle, ich verdiene nicht genug Ich muss das Alles klar, macht das Guten Hunger Wir schnappen sonst nachher mal, ne? Viel Gelb, schulde Alles 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 klar Gucken wir doch mal Und, tata Entschuldigung, viel Geld Ich auch nicht Habt ihr noch Geld für mich, damit ich mir ne Rüstung kaufen kann? 18 Dollar Ja, okay Ich brauche heute mal 40 Euro Naja Nutzernix Naja Machst du denn vier Geld? Naja Wo sollen wir jetzt sind? Soll ich zum Schreißen Ja, ich hab ja Angst, sind sie bleiben? Nein, wir bleiben, nein, wir haben nicht immer so viel Kohle und ich nicht Also ich hab auch nicht viel Kohle, ich konnte auch nur mal Medic-Gewähr jetzt leisten Wie will das mit dem Geld wird hier aber in einem Spiel mit, äh... Ich hab sowieso schon ne Westen gehabt Warte Was? Was? Das mit dem Geld Okay Das mit dem Geld ist ja, äh... The big kills, ne? Also wenn wir mal, wer killed, der kill, oder? So, oder? Ja, und zusätzlich noch eine Wiederrunde, bis zu Geld Okay Okay Lass uns mal den langen Gang gehen, da sind wir am sichersten Okay Lassen hast Ah, der lange Gang ist gut Ja Kann ich euch noch besser heilen Oh, Thomas hetzt hier, wow Haha, schön Du hast noch Kannst du nicht sehen, dass ich Dagen lade? So, Alex, hätt uns den Rücken dicht, oder? Ja Hallo Waffe Hallo Waffe Au! Okay, wie se... Was ist das denn? Okay, geht weg Alter Unsichtbar Neues Magazin, gib dem Augenblick Neues Magazin, gib dem Augenblick Hallo Sehr gut Sehr gut Mhm Hallo Wel, w쓰-Willion Wie sich die Oben voll Die Oben voll Eeeh Reichtsvolk hat mir meine Freundes Reisvolk 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 Obere Ja, ich bin aufgestiegen. Was bringt mir das jetzt? Ja, hast du noch besseren Bonus auf deine Fähigkeiten. Oh Gott, Springer. Muss ich gleich erstmal gucken, was ich für den nächsten Aufstieg brauch. Oh Leute, Munition alle. Oh, Munition tatsächlich komplett alle. Hast du noch Pistolen-Munition? Ja, ich bin jetzt auf Pistole umgestiegen. Können diese komischen Granaten von dem Medic da heilen? Äh, nein. Nein? Ich glaub's mal gibt's, oder? Warte mal. Geht auch. Mach mal. Ich glaub schon. Warte, ich lieg's noch mal kurz nach. Okay. Rabatt, Rabatt, Spawn mit Blah und... Musst du so nicht, musst du so nicht stehen, aber... Machen wir gleich, wirf mal einfach da einer rein und wenn ich verletzt bin, lauf ich rein.